so da sind wir wieder dann hoffen wir mal dass das letzte jetzt ein bisschen länger wird sonst zweifel ich hier bald an back to saturn so wir sind jetzt level 17 gibt es hier gegner hier gibt es wieder gegner sehr schön dachte schon die komischen levels wo keine gegner mehr kommen wo alte hallo so 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 Okay Okay Hmm Anke? Oha, wo denn? Fuck Wow So, da hinten weiß ich auch schon wer wer nennt Ach, da oben Gott, da oben ist ja auch wer wer nennt Ist da jetzt... Warte mal ganz kurz Äh, nein Speichern Ja Na Ja, da ist noch Ruhm Ah, wir kommen natürlich nicht ran Und mich dahin cheaten will ich jetzt auch nicht Uah, ach du Kacke Uah, Alter Da... Warum schockert das Ganze immer so? Okay, Leute, ich guck mal ganz kurz nach Das ist mir hier Äh, Display Option Open GL Textisch Option Ja, ist aktiv Warum, warum hängt der denn immer so, sobald neue Texturen geladen werden müssen? Oha Oha Hm Ja, mach dich lieber dich fertig Vollidioten Oha Oha, nein Komm her Jetzt, komm her Geh doch Dich kann ich auch gleich mitnehmen Hier hinten habe ich auch ein schönes Versteck Geh, da kann ich auch mal ein bisschen Wow Ja, komm Geh doch So Okay Ähm, ja Oha Oha, da steht auch noch eins Oder? Nee, das bringt einfach nur Äh, das lohnt sich nicht Wow Ich hasse es bei Frontenkämpfe Uah Also erstmal kommt ihr weg Gut Jetzt kann ich den hier umbringen Sehr schön Sehr, sehr schön Sehr, sehr, sehr schön Das auch noch einer Gut Weiter Lecker Gut, blaue Karte Haben wir schon Haben wir schon Mhm Achso, jetzt können wir auch nicht weiter Gut Dann gehen wir mal hier entlang Ah, flutzig Oha Oha Ah, hinten ist einer Ah, hinten ist einer Ähm Gut Ähm Oha, hier sind Raketen Also wahrscheinlich wieder ein Hinterhalt Gut, dann Spannern wir mal Eine schöne Kupel hast du da gemacht Harry Potter wäre stolz auf dich So Wo denn? Achso 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 Also hier muss man hier auf Tieren achten, die sich öffnen könnten Oder war das da schon offen? Ne, ne? Da, das Ding könnte noch aufgehen Da könnte was aufgehen Das sieht auch verdächtig aus Was, wie wo denn? Ach da Ich wollte gerade sagen, ich habe doch noch einen gehört So, da könnte was aufgehen Wobei es unwahrscheinlich ist Hier könnte was aufgehen Wobei es unwahrscheinlich ist Gut Gut Ich beichern die erstmal wieder Jetzt auch wieder Raketen Ahm, miaum Oh Also hier kann ich runterfahren Tut es aber nicht Okay Wow Wow Bitte alle ruhig bleiben, Leute Ahhhh, Digga Was zur Hölle? Wo kamst du her? Wo kam der denn? Aha Ah Ah Alter Schon wieder Oh Gott, ich könnte mehr mehrere Ahhhh So für sie dem Thema Ganz ruhige Map Und dann mit einem Mal kommen wir ungefähr 5.000 Gegner Gut Dann Aber Alter Das macht überhaupt keinen Sinn hier Das macht überhaupt keinen Sinn hier Boah Oh, hier sind hier gar nicht so viele Ähm Oh, da wurde er jetzt so Hallo Oh, meine Fresse Das war gerade ein Gestocker der dritten Generation Gibt's doch gar nicht Na ja, 85 Meter pro Sekunde Na ja, 85 Meter pro Sekunde Glaubst du das selber nicht? Gut Ah, okay So, speichern wir erstmal Boah, Alter Der Stocker ist schon wieder so abartig extrem Uah, doch mal nicht schlau Gut Wow, Alter, was ist denn hier los? Fuck Fuck Boah, Alter, was ist denn hier Das Gestocker ist doch nicht mehr normal Wow Wollte ich gerade gar nicht Wollte ich gerade gar nicht Also wir wissen nicht was Hier runterfallen Oh Haben wir die von der Ferne erledigt Oder sind die jetzt hier durch die Imps gestorben? Weil wir haben ja hier gerade bei einer Rakete hingeschossen Und Ich wusste nicht, dass jetzt eine Rakete schon 3 Revenants tötet Ach, ja ne Das ist unser Startpunkt Loll So, gibt's hier irgendwo auch mal Rüstung? Haben wir ja immerhin glorreich verloren So, hier können wir runter Ja Gut Blaue Tür Ach ja, hier vorne gleich Ähm Loh Hat mich aber doch nicht so sehr gelohnt, wie ich gewünscht hätte Ähm 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 Wollte was denn? Tigger Wollte ich eigentlich alle ficken oder was? Wow Ach, alter die spawnen immer alle rein Ja Digger Ja Jetzt willst du die Türen werden die aufgehen würden Okay Aber dieses Reinspawn Das ist echt nochmal zu Boah alter, ich kann es doch vergessen Das wird doch nichts mehr Ähm 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 Wie soll denn jetzt gehen? Klappe Hä? Das ist auch eine schöne Idee Na komm Bis wo darf ich reingehen, obwohl wir die Dinger ausgelöst haben? Nein Achso, kriegt man gar nicht auf Na, leck mich doch Ah, super Also eine richtig schöne kleine Äh Hä? Achso Gut Ähm 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 Nein Doch, das hier Ähm Ähm Nee Dat ist was anderes Ja Ist das gerade falsch? Ich reinge gar nicht richtig Äh Blöööööööööööööööööööööööööööööööb hä Äh War doch richtig Genau. Oh! Pega! Wow! Oh, fuck! Unsere gesamte Munition ist weg! Alter! Oh, Alter! Nee, jetzt reicht's langsam! Dieses Gesch... Oh Gott! Oh Gott! Na komm! Achso, erstmal aktivieren! Okay! Das ist doch Bullshit hier! Äh, nein! Oh! Mir fällt grad ein... Ach, Mann ey! Das ist doch hier... Egal was ich mache, sobald ich irgendwas mache, was ich noch nicht gemacht habe, stockert der! Das ist doch nicht mehr normal! Warum ist das nicht so? Da! Das hier! Ähm... Gut! Wie lange braucht denn der zum Warmwärmen? Das geht, denke ich! Ah ja, gut! Kann ich mir merken! Dann nehme ich das jetzt mal zurück, gehe so rum und jetzt... ... Oh, Alter! Na schieß doch! Ja! 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 Das ist doch nicht mehr normal hier alles! Was? Und was habe ich jetzt grad Schaden bekommen? Oh! Der war natürlich komplett fehlgeleitet! Alter! Ich krieg gleich ne Macke! Wieso krieg ich davon Schaden? Wieso sind die gleich so viele? Hilfe! Also Leute! Ich muss einfach mal gucken, wo ich hier lang muss! Das wird so nichts! Naja, komm! Mach doch keiner jetzt hier! Dankeschön! So! Da hinten! Ey Gott, ich komme mir gar nicht durch! Da hinten muss ich lang! Ne, da geht es auch nicht weiter! Ah doch! Ich glaube ich weiß jetzt! Oh, Alter! Jetzt drück doch mal diesen scheiß Knopf hier! Das hilft doch ja nicht! Das ist doch nicht mehr normal hier! Aha! Da geht es also nur hoch! Aber da geht es auch nicht hoch! Alter! Das ist doch hier nicht mehr normal! Gut! Ja doch! Endlich mal was brauchbares hier! Speichern! Direkt speichern! So! Alter! Also manchmal denke ich echt, die wollen mich hier echt ein bisschen... Achso, sind wir hier wieder! Wo muss ich denn jetzt hin? Hier geht es auch nicht hin! Also ist... Okay! Ähm... Wo denn jetzt so? Ja! Ja! Ich werde jetzt den Schalter umlegen und dann die Dinge rein! Ich bin da auch wieder falsch! Ach Gott! Wo bin ich jetzt überhaupt? Ich habe die Orientierung verloren! Ich habe keine Ahnung mehr! Gut! Also erstmal rumdrehen! So! So! Hier spawnen wir! Aber wo sind wir denn jetzt überhaupt? Alter! Ich weiß gar nicht mehr wo wir sind! Nein! Nein! Ich will... An und Skript! Was für ein Skript? Ach! Löschen! Okay! Wo sind wir? Sind wir denn jetzt hier? Das gibt es doch gar nicht! Wo sind wir denn jetzt hier? Ah! Okay! Okay! Also sind wir jetzt praktisch da, wo diese... Äh... Fatmans waren! Gut! Dann heißt es also, wir müssen jetzt hier zurück! Und hier müssen wir lang! Alter! Ist das bitte schön für eine verwirrende Kacke! So! Jetzt müssen wir hier hoch! Hier müssen wir... Äh... Aha! Den Schalter umlegen! Bam! Und jetzt hier rein! Oder auch nicht! Ach! Ich verstehe das Ganze nicht ganz! Wir sind doch hier raus! Ah! Okay! Hier kommen wir lang! Da lag sich doch! Äh... Wo hat der... Hm... Äh... Das gibt's doch halt gar nicht! Also guck mal, nach der Map werde ich dann erstmal gucken, warum das hier jetzt so extrem stockert! Weil das ist ja nicht mehr normal, ist das ja! Ah ja! Leck mich! Oh! Oh! Komme ich da hoch? Ne, ne? Oh! pick up oh Alter was denn jetzt schon wieder ich versteh die Welt nicht mehr ich will nicht mehr ach, leck ich mich doch gut das ist doch Bullshit, Alter ach nee, das ist scheiße nee oh Alter stimmt doch da manchmal oh Alter ich kriege eine Macke ja, leck mich doch wie darf ich so viel Leben hä 320 Leben was ist denn hier los nein das da nein ach komm jetzt geh doch kacken hier welche verfickte Tasche ist jetzt die BFG ah, die 8 ok das muss ich mir nämlich in der Händen merken habe ich garantiert nicht getroffen gut ja da komme ich an die Dinge da nicht ran finde ich gerade ein bisschen unfair das war auch das, wo ich vorhin überlegt habe, ob ich da also wo ich die Konsole offen hatte und überlegt habe, ob ich da sheeten soll wenn ihr noch mal ist es runter ich kann das was oder mit dem wird das auch nichts mehr die kackfiecher deswegen haben wir von der fuhr von der fernstelle gesehen gut da kam jetzt eine ganze hole doch da habe ich gerade aufgeräumt doch jetzt das hier brauchen wir nein okay also dass ich nicht greifen ansonsten kann ich dadurch keine waffe nehmen wir müssen das irgendwie anders machen erst mal so damit gehe ich die beide da weg jetzt das da und hiermit perfekt ja so habe ich mir das vorgestellt war nicht wirklich aber es kommen jetzt Alter drei Stück ernsthaft also eins habe ich ja schon umgebracht was ist denn hier los bitte hier geht es nicht mehr weiter hier haben wir noch so ein Ding wo geht es denn jetzt weiter da da komm so gut dann holen wir uns jetzt die zweite und hoffen wir können damit irgendwas anfangen na hier ging es rein na komm also gucken wir mal wo wir jetzt hin müssen hier ging es weiter oh 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 Hier ging es auch nicht mehr weiter. Ah ja, komm. Geh weg. Dankeschön. Da. Wow. Alter, dieses Stockern. Wir haben immer 60 Bilder pro Sekunde. Also eigentlich kein Problem, aber ab und zu kommt er so ganz kurz richtig Stockern. Was? Oh. Was zur Hölle? Äh, nein. Achso. Oh, Alter, Stockern nicht so. Vor allem, ich meine, ich weiß, wer der Stockern kommt. Das ist praktisch immer, denn sobald irgendwas passiert, was noch nicht passiert ist, muss er dafür neue Texturen laden. Ach, hier oben sind sie. Hä, von da komme ich doch. Äh, da muss er dafür neue Texturen laden. Aber wie gesagt, eigentlich habe ich ja dieses Precache aktiviert, weil er alle Texturen bereits vorlädt. Deswegen verstehe ich nicht, warum er die immer erst denn lädt. So, aha. Wo kam die denn jetzt weg? Ach, hier vorne, ne. Das Problem ist bei diesen Dingern, da sind nur so extrem begrenzte Zeiten. Das hier, wenn wir gräste Zeit haben. Aha. Aha, von hier kommen sie also. Wow. Ah. Wurde ich wohl von den Raketen getroffen, oder was? Na komm, geh runter, damit ich rauf gehen kann, und damit ich da. Boah, Alter. Der Texturen macht aber echt, echt sehr viel Schaden. So, jetzt springe ich nicht so rum, sondern lass mich durch, damit ich gucken kann, wo es weitergeht. Hier ist eine Tür, kommen wir aber nicht rein. Brauche ich eine gelbe Karte. Die Frage ist, kriege ich nicht, geht die gelbe Karte her. Ja, komm, ich muss erst mal gucken, wo wir an die gelbe Karte rankommen. Klappe, habe ich gesagt. Meine Fresse. Vielleicht muss man deswegen hier lang. Kommen wir hier irgendwie zu einer gelben Karte? Ja, kommen wir nur hier hin. Ja, und die waren wir bereits. Haben wir irgendwie was übersehen? Auch nicht. Das ist genau das gleiche, wie wir vorhin hier rum kamen. Weg. So. Ich verstehe jetzt noch nicht so ganz, oder müssen wir uns echt mit dem Cyber Demon anlegen? Das wäre immer richtig scheiße. Guckt euch den an. Guckt euch diesen Buster an. Ah, wow. Alle Schöne gegen Pfosten. Schöne wieder alle gegen Pfosten. Alter. Das gibt es doch ja nicht. Das ist doch hier weg. So. So. Und da ja. Na, komm her. Oh, Alter, also langsam. Geht doch. Meine Fresse. Wir haben noch neun Raketen. Wow. Ich bin stolz auf mich. Und ich weiß immer noch nicht, wo die gelbe Karte ist. Gut, hier kommt man rauf. Okay, dann wahrscheinlich doch hier oben. Ah, pack ich doch. So, now dann. Not normal, dass dieses Ende von der Map ist. Da. Äh, woher hin? Also, wenn ich das, wo das downward ist. Oh, meinst du geht. Ich bin nicht so small. Oh, das wird schön. Halleluja, das war mal ein geiler Trip. Oh, gut, das Ding klau ich mir jetzt doch mal, das ist so schön nah liegen. Äh, nein, das da, beziehungsweise eigentlich können wir doch rauf springen, oder? Ja klar, siehste, wir brauchen gar nicht mal cheaten, mein Fehler. So, die Frage ist nämlich, wo müssen wir jetzt hin? Gut, ich geh jetzt mal wieder hier runter, damit wir zu einem Punkt sind, von dem ich ausgehen kann, dass man da auch normale hin soll, so, jetzt sind wir wieder hier, müssen wahrscheinlich hier irgendwie wohin, oh, gut, achso, halt, ne, ähm, scheiße, ich will mich heute nochmal nach, äh, nach, 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 ein bisschen Munition suchen, weil wir haben jetzt doch ganz schön viel Munition ausgegeben, leider, vor allem Raketen, und, wo muss ich jetzt hin? Ich bin schon wieder falsch. Achso, erst mal, genau, erst mal nach hier unten, und von hier aus muss ich jetzt weiter. und zwar da rein, dann kamen hier die Dinger, jetzt kam ich hier hin, und kam hier hin, dann zum, genau, kam ich hier hin zum Ziel. Okay, gut. Dann versuchen wir jetzt mal ein bisschen Munition nochmal einzusammeln hier, vor allem nochmal dahin zu kommen, wo die Rüstung war, war ja immerhin ein 150er, äh, wo auch immer die war, äh, von wo kommen wir? Oh, Alter, wie wär's mal mit rausgehen? Oh Gott, das ist doch nicht mehr normal hier, achso, jetzt ist unsichtig, na gut, okay, gut. Ach, wer von der Herr teleportiert, Digga, wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Gut. Wir kamen von da. Gut, dann bleib ich mir doch nochmal in der Form. Wow, ich hab genau danach gespeichert, als ich die verlassen habe. Scheiße. So, brauchen wir nicht. Wo ich hin muss, ist jetzt zu dem Punkt, wo wir her teleportiert wurden, in der Hoffnung, dass wir auch wieder zurück teleportieren können. Ähm. Och, ernsthaft, jetzt? Was ist denn hier los? Wo muss ich denn jetzt hin? Hallo? Ah, wow, mal bitte rein teleportieren, kann ich mal zurück. Ernsthaft? Ach, Leute. Na gut, dann lassen wir das. Dann lassen wir das. Dann lassen wir das. Ist doch Bullshit, ganz ehrlich. Also, so schön, wie Back to Saturn von der Grafik auch ist, also jetzt von der Landschaft hier, spieletechnisch ist es echt Müll, muss ich schon sagen. Es ist, also, es ist ja nicht so, dass es in dem Sinn einfach nur schwer ist, sondern es ist teils richtig unfair. Man kommt teilweise entgegen, wo man einfach mal von 55 Genern gleichzeitig beschossen wird, dann spawnen Gegner auch noch dahin, wo man gerade ist, einem selber werden aber alle Rückzugspunkte verschlossen, äh, und dann kommt man auch noch um solche Dinge, wo man irgendwo rein teleportiert wird und da nicht mehr zurück kann, um Munition zu sammeln. Das ist echt ein bisschen, naja, naja. Und ich krieg hier natürlich wieder ein bisschen Sachen, wo wir eigentlich Rüstung haben. Aha, dankeschön. Gut, dann gucken wir mal, was wir jetzt noch so gebrauchen können. Ja, doch, das geht tatsächlich, äh, danke. So, hier, doch, können wir auch noch mal, ah, sonst ist alles andere gereicht. Ah, das waren wir wieder in der Map. Vor allen Dingen erst hatten wir zwei Maps, in denen absolut gar nichts passiert ist. Null Gegner und Null Secrets. Jeweils in drei Minuten durch, ja nicht mal. Und jetzt kam wieder so eine Ultramap. Also, naja, gut, lassen wir dabei. Tschau mit V. Tschau. Tschau.